Studieren ist an Universitäten und Fachhochschulen möglich. Die Kombination von Familie und Studium erfordert eine gute Zeitanteilung, wird aber auch durch zahlreiche Angebote unterstützt. Vor der beruflichen Karriere steht immer eine schulische oder berufliche Ausbildung, oft gefolgt von einem Studium. Studieren ist hierzulande in unterschiedlichen Fachrichtungen an Universitäten und Hochschulen möglich. Zur Ausübung vieler Berufe wie z.B. Arzt oder Anwalt ist hier ein abgeschlossenes Studium zwingend notwendig. Andere Studiengänge sind nichts zur Ausübung eines speziellen Berufes, sondern eher als Einstieg in eine bestimmte, gehobene Fachrichtung gedacht, wie z.B. Wirtschaft oder Naturwissenschaften. In einem Studium besucht man unter anderem Vorlesungen, welche ergänzt werden durch Übungen, Praktika, Selbststudium und Seminare. Der Wissensstand wird in Teilabschnitten geprüft. Er kann schriftlich oder mündlich abgefragt werden. Normalerweise wird das Studium durch eine wissenschaftliche Examensarbeit abgeschlossen. Um zu einem Studium zugelassen zu werden, muss man bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Im Allgemeinen ist eine Hochschulreife also Abitur erforderlich. In Deutschland können auch Personen ohne einen dieser Schulabschlüsse studieren, wenn sie beruflich qualifiziert sind und über eine mittlere Reife verfügen. Je nach Bildungseinrichtung und Studiengang können auch besondere Prüfungen für ein Studium erforderlich sein. Einige Studiengänge unterliegen einer Zulassungsbeschränkung, numerus clausus. Die Studienberatung der jeweiligen Hochschule berät Sie gern. Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Studiengängen. Nutzen Sie die angebotenen Links von Familie und Beruf, um sich zu informieren.